Nachdenkseiten. Die kritische Website. Agitation gegen Freundschaft mit Russland. Mithilfe eines ehemaligen Vizepräsidenten des BND. Ein Beitrag von Ernesto Loll mit einer Vorbemerkung von Albrecht Müller. Vor ein paar Tagen ließ mir der Econ Verlag ein Buch mit dem Titel »Putins Angriff auf Deutschland« schicken. Hauptautor ist Arndt Freitag von Loringhofen. Sein Text ist so unappetitlich, dass sich die ursprüngliche Absicht, es für die Nachdenkseiten zu besprechen, aufgab. Aber dann schickte Nachdenkseitenautor Ernesto Loll einen Text zu einer im Berliner Tagesspiegel erschienenen Würdigung des Buches von Loringhofen. Die Würdigung durch den Tagesspiegel zeigt, dass die Propaganda gegen Russland Fahrt aufnimmt. Deshalb geben wir ihnen den kritischen Text von Ernesto Loll zur Kenntnis. Doch vorweg noch eine Anmerkung in eigener Sache. Der Autor und PR-Agent der NATO Arndt Freitag von Loringhofen versucht in seinem Buch auch den Nachdenkseitenmitarbeiter Florian Barweg zu diskreditieren. Die einschlägigen Passagen befinden sich auf Seite 149 bis 153. Sie sind im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Auf Seite 149 unter dem Kapitel »Alternative Medien« ist zu lesen. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022 wurden RT und Sputnik in Deutschland wie in der gesamten EU gezwungen, den Sendebetrieb einzustellen. An dieser Bemerkung wird sichtbar, wie sich die Herrschaften vom Schlage des Arndt Freitag von Loringhofen Demokratie und den freien Austausch zwischen den Völkern vorstellen. Die Medien der Nachbarn werden verboten. Dabei wäre es sinnvoll, die jeweiligen Medien wie zum Beispiel die Deutsche Welle und RT Deutsch bzw. Sputnik freisenden zu lassen. Dann kann sich jeder Mensch seine Meinung bilden. Weiter geht es mit Behauptungen über die Nachdenkseiten auf Seite 150. Die Nachdenkseiten sind bemüht, sich als neutral und pluralistisch darzustellen und sprechen schon einmal von völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg. Gleichzeitig aber ist die Gegnerschaft zur NATO und den USA ein zentrales Thema. Berichte über Gräueltaten der Russen werden in Zweifel gezogen und relativiert. Sie seien oft nicht angemessen überprüft. Was genau auf dem Schlachtfeld passiert, wisse ja niemand, da beide Seiten die Wahrheit durch Propaganda ersetzt hätten. Man hätte erwarten können, dass die Fußnote dann wenigstens ein paar Belege zutage fördert. Wenn man aber bei der Fußnote 70 nachschaut, dann findet man den Hinweis auf einen Text der Amadeo-Antonio-Stiftung. Soll das ein Beleg für die Vorwürfe gegenüber den Nachdenkseiten sein? Auch für Behauptungen in einem Absatz über Ken Jebsen auf Seite 151 finden sich in der Fußnote keine Belege, stattdessen der Hinweis auf einen Spiegelartikel. Zu guter Letzt weise ich auf einen Absatz auf Seite 152 hin, weil hier beispielhaft der Jargon und das inhaltlose Geschwätz dieses Buches sichtbar wird. Zitat So viel Blödsinn in einem kurzen Satz, das ist schon bewundernswert. Ein paar Sätze zu einem Interview von Arndt Freiherr Freitag von Loringhofen im Tagesspiegel, der insbesondere versucht, AfD und BSW als russische Agenten und somit als Staatsfeinde darzustellen. Siehe Ex-NATO-Geheimdienst-Koordinator über russische Desinformation. Deutschland ist nie richtig aufgewacht von Christopher Ziedler und Claudia von Salzen. Erschienen auf tagesspiegel.de am 26. September 2024 um 15.44 Uhr. Ein ehemaliger Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes BND, der später NATO-Geheimdienstchef wurde, versucht, demokratische Wahlen zu beeinflussen, indem er die Parteien AfD und BSW als russische Agenten und somit als Staatsfeinde darstellt. Wahrscheinlich tut er dies im Auftrag oder zumindest mit Zustimmung seiner ehemaligen Kollegen bei BND und NATO. Das ist natürlich die gleiche Propagandakampagne, die die Clintons, US-Bundesagenten und NATO-Vertreter schon damals gegen Donald Trump gefahren haben. Die Trump-Russia-Collusion, bei der ungewählte Akteure Wahlbeeinflussung für die Partei der Demokraten betrieben. Arndt Freiherr Freitag von Loringhofen erzählt dem Tagesspiegel, der übrigens ganz auf der Linie Washingtons und New Yorks liegt, unter anderem, Zitat, Zitat Ende. Wenn man das als wahrscheinlich bezeichnen darf, dann darf man es auch als wahrscheinlich bezeichnen, dass BND und NATO den Inhalt dieses sogenannten Interviews abgesegnet oder vielleicht sogar inhaltliche Vorgaben oder Empfehlungen gemacht haben. Der ungewählte tiefe Staat schreibt hier jedenfalls dem Wähler vor, welche Parteien er zu wählen hat und welche nicht wählbar seien. AfD und BSW seien angeblich durch russische Manipulation der öffentlichen Meinung groß geworden und das sei auch das Ziel von Russland. Dass Russland so eine Art Staatsfeind sei, wird wie selbstverständlich angenommen. Ich kann mich jedenfalls noch gut daran erinnern, wie die AfD jahrelang wie Staatshelden durch die konservative Presse gereicht wurde, die endlich mal die Wahrheit aussprachen. Insbesondere die Springerpresse kennt ohnehin nur drei Themengebiete, die da wären, Asylchaos, Ausländerkriminalität und Islamismus. Ohne natürlich jemals zu sagen, woher das Geld und die Waffen für den sogenannten Islamismus kommen. Also aus USA, Israel, US-freundliche sunnitische Diktaturen. Und ohne jemals zu sagen, warum die Leute aus ihren Ländern flüchten müssen. Zum Beispiel Kriegsführung der USA oder Kriegsführung Israels. Wer also hat hier die AfD groß gemacht? Russland soll das gewesen sein? Weiterhin sagt der ehemalige BND- und NATO-Mitarbeiter Arndt Freyher Freitag von Luringhofen gegenüber dem Tagesspiegel, welcher schon im Kalten Krieg ein Organ der psychologischen Kriegsführung war. Wenn ein äußerer Akteur wie Russland Mechanismen der sozialen Medien in unserer Öffentlichkeit so manipuliert, dass einseitig bestimmte Positionen millionenfach verstärkt werden, dann sei das das Gegenteil von freier Meinungsbildung und Meinungsfreiheit. Wehrhafte Demokratien müssten in diesem Punkt aktiv werden. Wehrhafte Demokratie – das ist eines der Propagandaschlagworte und der Vorwände, mit dem alle demokratischen Rechte wieder zur Disposition gestellt werden und teilweise wieder einkassiert werden. Laut Arndt Freyherr Freitag von Luringhofen etwa müssten diese sogenannten wehrhaften Demokratien die sozialen Medien stärker zensieren. Aber es sind nicht die Einzelnutzer der sozialen Medien, sondern es sind vielmehr die Organe der psychologischen Kriegsführung der USA bzw. NATO, wie der Tagesspiegel beispielsweise, die der freien Meinungsbildung und der Meinungsfreiheit entgegenstehen und sie tagtäglich untergraben. So gab auch Arndt Freyherr Freitag von Luringhofen gegenüber dem Tagesspiegel freimütig zu, als ich von 2016 bis 2019 im NATO-Hauptquartier arbeitete, standen die hybride Kriegsführung, Cyberangriffe und die Manipulation der öffentlichen Meinung schon weit oben auf unserer Agenda. Genau das aber ist gerade die Hauptaufgabe der Organe der psychologischen Kriegsführung. Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Das ist psychologische Kriegsführung. Solche Organe wären da insbesondere die NATO an sich, der sogenannte Atlantic Council, sowie all die unzähligen Informationskrieger-NGOs, GEO-NGOs und Lobbyorganisationen wie etwa die Atlantikbrücke. Allerdings behaupten natürlich all diese staatlichen Informationskrieger, Geheimdienstler und Militärs, dass nur Russland einen hybriden Krieg führt, insbesondere einen Informationskrieg gegen den Westen, das bemitleidenswerte Opfer Russlands. So sagt auch Arndt Freyherr Freitag von Luringhofen, Zitat, diesen hybriden Krieg führt Russland seit mehr als zehn Jahren. Man kann das an zwei Daten festmachen. Das eine war die Gründung des Senders Russia Today im Jahr 2005, der später RT hieß und von Anfang an ein Propagandasender für die ganze Welt war. Das andere war die Rede des russischen Generalstabschefs Gerasimov im Jahr 2013, in der er die taktischen Vorzüge des hybriden Krieges pries, Zitat Ende. Der US-Propagandasender CNN International, der insbesondere in den Golfkriegen wichtig bei der Manipulation der öffentlichen Meinung war, wurde bereits 1985 gegründet. Und der Begriff des sogenannten hybriden Krieges wurde bereits 2005 vom US-Navy-Offizier und Militärtheoretiker Frank G. Hoffman geprägt. Der dem Begriff hybride Kriegsführung nahestehende Begriff der Kriegsführung der fünften Generation wurde bereits im Jahr 2003 vom CIA-Agenten Robert David Steele geprägt. All das geschah also lange vor der angeblich wichtigen Rede des russischen Generalstabschefs Gerasimov im Jahr 2013. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.